Ja, er ist da, der Sommer, und ich habe keine Lust mehr auf Full-Face-Make-Ups. Deswegen zeige ich euch ein paar Produkte, die mir den Sommer so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, erleichtern. Und ich habe fast nur Produkte aus der Drogerie, deswegen würde ich vorschlagen, let's go. Hi, Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video zurück. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin richtig gespannt, denn ich bin im Sommerfieber angekommen. Wir haben immer noch Juni, es sind 12 Grad draußen, aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich fühle jetzt den Sommer und ich möchte den Sommer zu euch bringen. Deswegen sind hier ganz viele Sonnen-Emojis, damit ihr ein bisschen das Gefühl habt, dass es sommerlich ist. Aber was heute sommerlich wird, ist mein Make-Up, beziehungsweise wollte ich so ein bisschen euch zeigen, wie ich im Moment mein Make-Up mache, wenn es warm wäre. Macht nicht so viel Sinn. Und ein paar kleine Hacks habe ich auch noch für euch. Da wir schon so viele Sonnen-Emojis hier hatten, die zählen natürlich nicht. Ab jetzt könnt ihr wieder Emojis zählen und ich schicke euch ein ganz, 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 ganz tolles Paket mit ganz vielen meiner Sommerfavoriten. Wir starten auch direkt mit dem ersten und das ist recht neu, aber ich liebe es jetzt schon. Und das ist die Conjuring-Cream-Palette von Rival Loves Me aus dem neuen Sortiment, welches jetzt seit dieser Woche offiziell in der Drogerie ist. Ihr kennt das Spiel. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen schneller, dass die Produkte in die Drogerien einziehen. Aber diese Palette ist einfach perfekt. Ich trage keine Foundation heute. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein bisschen Color Correction unter den Augen. Ich habe meine Augenbrauen fixiert, damit die einfach gut halten. Mehr nicht. Ich mache hiermit einfach eine Kontur, weil mein Gesicht ist morgens meistens immer so ein bisschen puffy, sage ich ganz gerne mal. Und diese Farbe hier ist einfach perfekt. Ich setze mir die direkt hier hin und hier runter und dann gehe ich mit dem Rest hier hoch. Blende das richtig, richtig schön aus, um einfach so ein bisschen Definition im Gesicht zu haben. Ich finde, man kann ganz gut im Sommer mit Bronzer und Blushes und Contouring in demselben Atemzug ganz tolle Ergebnisse erzielen, ohne dieses beschwerte Gefühl von Foundations zu haben. Wenn es aber doch mal nicht reicht, kann man natürlich immer mit so einem Concealer punktuell arbeiten. Hier habe ich beispielsweise ein Pickelchen oder hier ein eingewachsenes Barthaar vom Rasieren. So was arbeite ich natürlich auch mit ein bisschen Foundation oder Concealer weg. Ich habe aber Tatsache festgestellt, dass ich unter meinen Augen am besten fahre im Moment anstelle eines Concealers, wenn es so richtig, richtig heiß ist, mit dieser Foundation hier, die Infalible 32 Stunden Fresh Wear. Nur die als Concealer-Ersatz ist so ein bisschen mattierend, rutscht nicht so in die Fältchen, funktioniert sehr gut. Das mal so als kleiner Tipp. Aber diese Contouring-Palette ist perfekt. Du hast nicht nur einfach eine perfekte Contouring-Farbe, sondern du hast natürlich auch ein paar andere Farben, mit denen du gut arbeiten kannst. Ich will aber trotzdem was anderes jetzt machen. Ich nehme erst mal denselben Pinsel und gehe hier so ein bisschen in diese beiden Farben rein und setze mich hier ein kleines Highlight, ein bisschen auf die Nase, unter die Augen, da wo ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Und durch den Unterton sehen die eigentlich ziemlich natürlich aus. Ich mische ganz leicht auch so ein bisschen Bronzer mit rein. Ich finde, das macht den Kontrast zwischen Augenringen und dem restlichen Gesicht immer ganz schön natürlich. Ich lenke das einfach so ein bisschen aus mit dem Schwamm rüber und habe keine Foundation benutzt, sondern wirklich nur punktuell so ein bisschen aufgehellt. Was ich ganz gerne mache, ist mit der Spitze von so einem Schwamm mit der hellen Farbe hier hinten einfach ein bisschen hochzuziehen. Das macht einfach einen ganz, ganz kleinen Lichtpunkt auf der Nase. Hier ein Pickelchen abdecken. Jetzt sehe ich natürlich aber ein bisschen blass aus. Ich bin wirklich begeistert gewesen, wie viel gutes Feedback ich zu meinem Beauty-Dwell-Games-Video bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Und ein Produkt hat euch ganz gut gefallen und mir vor allen Dingen auch. Und das ist dieser Bronzing Goddess Bronzer. Angeblich soll der eine günstige Alternative zu dem von Charlotte Tilbury sein. Würde ich nicht behaupten. Das ist hier ein Puderprodukt. Der von Charlotte Tilbury ist ein Creme-Produkt. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Der ist schimmernd. Der von Charlotte Tilbury ist matt. Das Einzige, was gleich ist, ist die Größe und vielleicht so ein bisschen diese Oberflächenbearbeitung, dass es so ein bisschen erhaben ist. Aber dieser Bronzer ist einfach wunder, wunderschön. Ich nehme einen fluffigen Pinsel, gehe hier rein. Der ist sehr, sehr pigmentiert. Und gehe damit einfach komplett über mein Gesicht. Einfach erstmal so ein bisschen an den Orten, wo ich ein bisschen gebräunt sein möchte. Und dann über den Rest meines Gesichts. Das gibt einfach so einen richtig schönen, sommerlichen, gebräunten Look. Weil das natürlich eine sehr, sehr warme Farbe ist. Unter den Augen, an den Ohren. Vergesst die Ohren nicht. Und schön verblenden. Das muss nicht so ordentlich sein. Dadurch, dass ich natürlich, genauso wie ihr hoffentlich, regelmäßig Sonnenschutz trage, ist mein Gesicht natürlich einfach deutlich, deutlich heller als beispielsweise meine Arme. Und ich probiere das so ein bisschen anzupassen mit so einem Bronzer. Und mit so einem schimmerigen Bronzer kann man ganz schöne Ergebnisse erzielen. Auch wenn man keine Foundation trägt. Ich gehe jetzt aber nochmal mit dem Schwamm hier lang und helle die Bereiche auf, wo ich gar nicht so viel Bronzer haben möchte, dass es ein bisschen natürlicher wieder aussieht. Es ist, wird schon fast sein, das ist ja gar kein Make-up-Look. Sondern das ist einfach, ich möchte ein bisschen lebendiger wieder aussehen. Mag ich aber ganz gerne. Und apropos lebendig. Wollen wir aber weitermachen. Ich habe noch etwas, was perfekt jetzt auch für meinen Trip am Wochenende nach Mallorca ist. Ich habe nämlich von Jepoda den Sensational Stick schon vor einer Weile zugeschickt bekommen. Und ich dachte, ich zeige ihn euch mal, weil ich ganz genau eure Probleme kenne. Immer wenn ich über Lichtschutzfaktor spreche, dann sind die Nachrichten entweder, ich vertrage keinen Sonnenschutz oder ich weiß nicht, wie ich den auftragen soll. Ich mag das schmierige Gefühl nicht. Und das Problem ist für viele von euch wahrscheinlich hiermit gelöst. Das ist nämlich der The Sensational Velvety Broad Spectrum Mineral Sunstick mit Lichtschutzfaktor 30, UVA, UVB, PA dreifach plus. Und es gab noch keine einfachere Möglichkeit, Lichtschutzfaktor vor allen Dingen on the go. Also wenn man unterwegs ist, einfach zu reapplizieren. Wir wissen, dass wir morgens bei unserer Skincare-Routine als letzten Schritt Sonnenschutz auftragen. Wenn wir aber beispielsweise im Urlaub sind, wir unterwegs sind, ist es sehr, sehr schwierig, sich einzucremen wirklich und das verschmiert alles. Man hat so ein klebriges Gefühl irgendwann im Laufe des Tages auf dem Gesicht. Und das Problem ist hiermit behoben. Ihr habt nämlich hier einen Lichtschutzfaktor-Stick, der perfekt ist, um ihn unterwegs wieder aufzutragen. Sei es, ihr seid am Strand, ihr seid im Flugzeug, ihr seid im Auto und die Sonne knallt euch auf eine Seite. Ist dieser Stick perfekt? Ihr habt, ist eine ganz, ganz coole Technologie, so eine Twist-Funktion, die ihr immer wieder zurückdrehen könnt, dass ihr auch nie zu viel Produkt einfach rausdreht. Und dann dreht ihr einfach und könnt damit über eure Haut gehen und einfach den Lichtschutzfaktor reapplizieren. Diese Sticks sind unglaublich gut für unterwegs. Es ist ein sehr, sehr weiches, samtiges Gefühl und das ohne, dass ihr diesen schmierigen Film wie vom Eincreme auf den Händen habt, im Gesicht habt oder ihr das Gefühl habt, irgendwann es bröckelt oder so. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Vorteil beim mineralischen Sonnenschützen. Und der ist, er brennt nicht in den Augen, er schmiert nicht rum und er ist für viele verträglicher, die Probleme haben mit chemischen Sonnenschützen. Und einen weiteren Vorteil, der dieser Stick hat, was man vielleicht gar nicht denkt, wenn man diese Stickform sieht, wenn ihr mineralische Sonnenschutze neigen dazu, die Haut eventuell austrocknen zu können. Ihr Bruder hat hier natürlich vorgebeugnet, hat Squalane und Traubenkernöl mit reingemacht, dass die Haut, auch gerade wenn sie der Sonne ausgesetzt ist, mit Feuchtigkeit versorgt wird. Also wirklich perfekt für den Sommerurlaub, wenn man am Strand ist, wenn man unterwegs ist, vielleicht mit den Kindern, mit dem Mann, da kann man mal schnell über den Kopf gehen. Es gibt auch aktuell ein ganz tolles Set und das ist das The Holiday Glow Set mit den beliebtesten Minis und zwei neuen Masken. Die Aftersun Moments Face und die The Aftersun Body Maske, die ihr einfach perfekt unterwegs mit dem Urlaub nehmen könnt. Und selbstverständlich habe ich auch wieder einen Code für euch, falls ihr den des Sensational Stick einmal ausprobieren wollt. Denkt dran, der Sommer steht bevor, die Urlaubssaison steht bevor, ihr habt hier eine Menge drin und könnt einfach immer wieder rüber gehen, ohne dass es schmiert. Und ich weiß, das werden ganz, ganz viele von euch lieben. Das Ding hat es mir echt angetan, jetzt seit einer Weile schon, von Benefit. Das ist der Moisturizing Matt Lip Tint. Das ist eigentlich ein Lip Tint, so einen richtigen Tinteffekt merke ich davon nicht, umso besser. Denn das ist meiner Meinung nach einer der schönsten Blushes, die ich kenne. Ich setze mir die hier ganz anders hin als sonst. Bisschen weiter unter die Augen und blende die mit so einem fluffigen Pinsel aus. Das ist von Real Techniques, die 220. Und stippel das so ein bisschen hier lang. Ich gehe immer wieder zurück in meine Hand, auf die Nase, zurück in die Hand und blende das ganz leicht aus über die Nase, ein bisschen auf die Stirn. Das ist ja total angesagt im Moment, dieser Sunburned Look. Das sieht jetzt noch ein bisschen verrückt aus, weil ich natürlich einfach noch kein Concealer drauf habe. Das kriegen wir aber gleich hin. Die Farbe ist, es fällt mir so schwer, die zu beschreiben. Die ist so ein bisschen reduzierter. Ich schrutsche euch einfach nochmal, ihr seid ein bisschen besser im Farbe beschreiben. Die ist so ein bisschen reduzierter, die ist schon fast sehr, sehr kühl. Hat im Prinzip genau meine Lippenfarbe. Aber als Blush sieht die einfach so, so ein matter Blush in dieser Farbe sieht immer aus wie Haut, die in der Sonne war. Und da wir ja nicht in die Sonne gehen, ist das einfach meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. Ganz wichtig natürlich, ich übertreibe natürlich auch vor der Kamera immer so ein bisschen, was die Intensität angeht, damit es einfach auch so ein bisschen, hier sind ein, zwei, drei, vier, fünf Lichter. Die Kamera, das Schnittprogramm, bis es bei euch in eurem Telefon oder am Computer oder am Fernseher angekommen ist, verschwindet einfach immer ganz viel. Und das liebe ich. Ein richtig schöner Ton. Jetzt gehe ich mit ein bisschen Concealer hier lang. Nur ein ganz kleines bisschen, um die Dunkelheit aufzuhellen. Und damit blende ich ja nochmal so ein bisschen über den Blush rüber. Nase. Das sieht so natürlich aus. Das ist im Moment wirklich mein Signature-Look. Also den Look, den ich am häufigsten aktuell schminke, weil er einfach so, so schnell geht. Hier noch ein bisschen ein Pickelchen abdecken. Hier noch ein bisschen. Mein Gott, wir sind alles Menschen. Wir dürfen auch mal einen Pickel haben. Deswegen, ich fühle das im Moment sehr, wenn ich ehrlich bin. Base ist fast fertig. Wir gehen aber mal kurz ein paar Etagen tiefer. Und ich habe dieses Ding von meiner Oma empfohlen bekommen. Was heißt empfohlen bekommen? Ich weiß halt, dass meine Oma dieses Produkt schon, eigentlich schon immer benutzt. Und als wir Ostern unterwegs waren, habe ich meine Oma im Zimmer besucht. Und dieses Ding stand vorne an der Tür. Und das ist das Fußwohl-Fuß-Deo. Erfrischt die Füße. Zuverlässiger Schutz gegen Fußgeruch. Ist jetzt nicht unbedingt ein schönes Thema, aber es geht auch gar nicht unbedingt um das Fußgeruch-Thema. Habe ich auch nicht so das Problem mit. Das ist ein Fuß-Deo, was du dir einfach... Das ist mittlerweile leer. Da kommt nichts mehr raus. Es riecht sehr gut. So ein bisschen zitrisch, aquatisch. Das erfrischt diese Füße. Diese Füße. Meine Füße. Eure Füße. Omas Füße. Extrem. Gerade wenn es so, 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 so heiß ist. Nach der Dusche. Das Raufgehen. Du hast diesen kühlenden Effekt auch wirklich noch über eine Zeit danach, nachdem du es aufgetragen hast. Und auch zwischendrin. Denn ich laufe mir im Moment ganz, ganz viel unsere Runden. Dass wir auf unsere Schritte kommen. Auf 10, 15, 20.000 Schritte irgendwie am Tag. Das macht schon Unterschiede. Was ich damit auch gerne mache, ist... Ich finde, so ein paar Schuhe riecht mal schneller nach Schuhen als so ein Fuß, der nach Fuß riecht. Das sprühe ich einfach rein. Es gibt auch Schuh-Deos, aber es ist einfach deutlich günstiger. Kostet vielleicht 2 Euro bei Rossmann von Fuß. Wo ist die Eigenmarke von Rossmann? Sehr, 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 sehr gut. Gerade wenn man auch so einen dicken Fuß hat im Sommer. Wenn so Wassereinlagerungen oder es einfach heiß, heiß, heiß wird. Probiert das mal aus. Wirklich sehr, sehr gut. Ich mag den Geruch ganz gerne. Es ist sehr kühlend. Nehme ich definitiv jetzt mit nach Mallorca. Ich bin nämlich beruflich jetzt übers Wochenende in Malle. Auf Malle, wurde mir gesagt. Und dann nehme ich das definitiv mit, weil es wird heiß. Wir rutschen aber nochmal auf die Lippen. Und bleibt unbedingt dran, denn ich habe noch eine Duftempfehlung für euch. Ganz neu in die Drogerie eingezogen ist von Art Deco die Summer Brides Kollektion. Und da gibt es eine neue Farbe des Lip Wonder Serums. Und ich liebe, liebe, liebe diese Farbe. Das ist die Farbe 5. Ich glaube, die hat auch einen Namen. Aber der steht jetzt hier nicht drauf. Irgendwas mit Orange oder so. Ein nährender, aufpolsternder, feuchtigkeitsspendender Lip Gloss. Ich finde, das sieht aber eher so ein bisschen aus wie so ein Lip Oil. Hat ein paar Schimmerpartikel mit drin. Die siehst du kaum. Gibt es auch noch in Lila. Ich mag den Orangenen aber einfach. Schaut euch mal an, wie... Kommt mal ganz nah ran, dann seht ihr meine Krusty Lips. So. Ihr seht, meine Lippen sind ziemlich trocken. Und jetzt gehe ich hier einfach rüber. Das ist so glänzend. Schon fast wie so ein Lip Gloss. Es fühlt sich nicht an wie ein Lip Gloss, sondern wie so ein richtig dickes... Nein! Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wie diese Dinger hier von Rode. Diese Lip Peptide Dinger. Super feuchtigkeitsspendend. Hat so eine ganz leichte, schöne Farbe. Du siehst die Farbe kaum, ne? Also wenn ich sie euch jetzt hier mal hinswatche. Ja, du hast natürlich schon ein bisschen Farbe da. Darum geht es mir nicht. Einfach super schön pflegend. Ohne dieses schmierige Gefühl. Die halten auch Tatsache echt sehr, 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 sehr gut. Mag ich eigentlich ganz gerne. Und ich wäre nicht maxim, wenn ich euch nicht noch einen Duft mitgeben würde. Also, ich hätte es nicht gedacht, ne? Da erzähle ich, glaube ich, auch vielen nichts Neues. Sol de Janeiro bin ich ein richtiges Fan-Mäuschen geworden. Hätte ich nicht gedacht. Ich kannte halt immer nur diese klassischen Bungon-Cream-Duft, der natürlich toll ist. Und ich habe in den letzten Monaten wirklich viele, viele neue Düfte dazu gefunden und einfach auch mal ausprobiert. Und neulich hatte ich ja dieses Discovery-Set. Und die 87, dieses in diesem Gelb, das ist der Sommerduft. Das ist noch mehr Sommer als diese, ich glaube 69 ist ja dieser Bung-Bung-Queen-Duft. 87. Riecht einfach nach Kokosnuss, nach Sprite, nach Fanta, nach Sommer, nach Sonnencreme. Aber nicht so, das nervt mich so ein bisschen bei dem Nivea-Parfum, dass es zu sehr nach Sonnencreme riecht. Hier hast du einfach nochmal ein bisschen was anderes. Das ist so erfrischend und, das ist aber nur eine Kopfsache, ganz sicher, wenn ich unterwegs bin. Ich habe das in meiner Tasche und wenn ich irgendwo hinfliege, kann ich das zwischendurch mal aufsprühen. Ihr kennt mit Sicherheit dieses Gefühl, wenn man sich so ein bisschen eklig fühlt. Na, was ist eklig? Wenn man sich einfach nicht mehr so frisch fühlt nach einem langen Tag. Dieser Duft 1, 2 und dein Kopf macht, du warst gerade duschen, dein Kopf sagt, du hast dich gerade erholt, du hattest einen schönen Wochenendsausflug zum Pool oder ins Freibad. Dieser Duft ganz, 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 ganz toll für den Sommer. Ich wollte euch eigentlich die 71 hier nochmal zeigen. Ich glaube, das Video seht ihr aber erst am Montag, deswegen habe ich es hier nochmal mit rausgenommen. Das ist jetzt auch nicht so sommerlich, das ist eher so Oktober, November. Das hier ist Juni, Juli, August. 10 von 10, Sol de Janeiro wirklich im Duft, in der Duftkomposition extrem gut, zu einem extrem guten Preis. Und das hält auch gut. Also ich habe immer Angst gehabt, dass diese Body Mists, Parfum Mists nicht so lange halten. Das Ding ist nicht so teuer, es gibt es ja auch in 240 Milliliter. Da kannst du ja den ganzen Tag zack, 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 zack machen. Und du riechst einfach den ganzen Tag wie eine frisch geschälte Kokosnuss am Strand in Tahiti. Und ich sehe auch so ein bisschen so aus. Ich bin super gespannt, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Sommerfavoriten, die ihr mir auf den Weg geben könnt. Ich finde es immer ganz besonders schön zu sehen, wenn ihr euch in den Kommentaren austauscht. Deswegen als kleine Aufgabe für euch, schreibt doch einfach mal 5 Sommerfavoriten aus der Drogerie in die Kommentare. Für die anderen Mäuse aus der Community. Ich sage Tschüss, ein wunderschönes Wochenende. Bis Montag.